Herzlich Willkommen, Overwatch, Quick Game, kein Rank mehr. Spiel die wieder ranked. Ne, Fias. Ich spiele, wenn ihr mich im Rank treffen wollt, nur noch von 21 bis 2 Uhr morgens. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Das kann es ja auch nicht sein. Doch, das ist es aber, das ist die... Wir haben auch gute Runden mal nachmittags gehabt. Ja, aber ne, das ist vorbei. Die einzigen guten Runden mache ich echt nur noch abends. Ja, und dann verlierst du jetzt demnächst abends viermal, dann hast du auch wieder keinen Bock mehr. Ja, ne, ich mache sobald ich jetzt... Ich will die Regel jetzt einhalten. Sobald ich einmal ranked verliere, höre ich auch auf zu spielen für die Session. Hat dann keinen Sinn. Wenn ich gewinne und eine Winning Streak habe, dann geht es halt immer weiter, immer weiter. Bis ich einmal verliere, dann ist es okay. Damit kann ich leben. Und wenn ich sofort verliere, dann ist es halt okay. Oh, die haben best schon genommen und wir den Angriff. Stimmt, das hab ich gar nicht gesehen jetzt. Also, hab ich gar nicht beachtet so. Das ist ja voll okay. Ja, ist es auch. Bin ja, bin ja kein Verfechter von bestens. Da ist ein fucking Tour. Aua! Der Soldier hat mich gemacht, hab ich aber auch nicht aufgepasst. Der Soldier ist noch da. Irgendwo müsste heute feindliche Soldier noch darum laufen. Unten läuft er. Ansonsten pass auf die Ana auf. Ansonsten was? Pass auf die Ana auf. Schaut mit den Augen des Wolfes. Die Ana ist gleich down. Hab sie. Jetzt. War ein guter Schuss, muss ich sagen, Alter. War ein guter Schuss. Da muss ich mich mal selber loben. Hinter uns von Reaper, der ist tot. Wo ist das Geschütz denn schon wieder? Oh, lol. Geschütz drinnen, Neike. Im Molten Core. Hä, wo ist denn der? Der Wagen ist denn da vorne. Hier und da vorne. Das war ein Molten Core. Wir haben es zwar fast down gehabt. Ah, Ana hat sich gehealt. Und in den Raum verpisst. Oh, Reaper hinter mir, ja? Ne, doch nicht, hä? Er kann mich hooken, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Roadhog kommt von da. Ne, doch nicht. Da ist er. Ja, so weit geht dein Hook auch nicht, mein Freund. Oh, come on. Come on! Ach, komm! Der Penner! Da! Wo seid ihr? Ich war im Auto oben. Ich hab Soldier fast gemacht. Aber Soldier, ich weiß nicht. Der aimt ganz schön gut. Zu gut für mein... Nein, das ist schon legit. Obwohl der schon ein ziemlich genaues... Placement hat. Reaper von hinten. Ich hab auch ein ziemlich genaues Placement mit Soldier. Du hast ein ziemlich genaues Placement in Gold, Alter. Ziemlich genau, Alter. Ziemlich genau, Alter. Boah, stell dir mal vor, du müsstest Silver spielen, Alter. Stell dir mal vor, du könntest absteigen. Ich wär schon lange in Silver drin, Alter. Ich nicht, so tief war ich noch nicht. Ne, so weit war ich auch noch nicht. Auf 2000 bin ich tatsächlich noch nicht runtergefallen. Dann hör ich auf, Rank zu spielen. Ja, dann ist eh vorbei. Alter, so schlecht bin ich dann halt wirklich nicht. Muss ich dann halt ehrlich sagen. Und dann muss ich halt auch daran zweifeln, ob der Rank-Modus Sinn ergibt. Das Problem ist, der Rank-Modus macht ja nicht mehr Sinn, wenn du ein Pre-Mates hast, 6 Stück. Dann kriegst du nämlich auch 6er Pre-Mates und dann kriegst du genauso auf den Sack. Was ja schon Sinn macht, dass 6 gegen 6... Ja, klar. Aber du kriegst dann halt genauso auf den Sack, weil du dann auch gegen so ESL-Teams kommst oder so. Keine Ahnung. Die spielen ja höher als Gold. Ja, kommt drauf an, wo das ESL-Team anfängt. Kommt halt auch drauf an, wie lange die Leute schon spielen. Die erste Zeit kriegst du mit 6 Leuten nur auf den Sack. Und dass du mit 6 Leuten ein Quick-Match halt fast immer gewinnst, ist halt schon ziemlich legit immer. Aber Quick-Match ist halt kein Rank. Du rankst uns das schon wieder an. Irgendwie ist... Komischerweise... In Quick-Match gewinnst du ganz oft, aber Rank kriegst du so hart auf den Sack dann. Oh nein. Ach, come on. Ich bin tot. Was machen die denn hinter der... Hinter der... Dings. Hinter der Payload, ey. Push I alone. So leicht lasse ich mich nicht besiegen. Alter, warum sind die denn so weit hinter der Payload? Das geht mir grad ein bisschen auf den Sack. Seht, was unsichtbar ist. Ich hab meine Ulti jetzt. McQueen, ich hab meine auch. Irgendeine, die irgendwie alle stoppt? Nee. Oh, fuck it. Oh nein. Nicht dein Ernst. Ach, come on. Und dann die Arnault. Ja, der mir quiclicht auch im Sack. Der Soldier auf Crack, Alter. Soldier und die Arnault ist halt eklig. Ich schieß mal blind dahin. Ich schieß mal blind dahin. Das bringt jetzt wofür? Stimme. Okay, das war gut. Das war überhaupt nichts gut, Alter. Ich bin gestorben an der Reaper-Oldie. Die Stunde hat's off. Hai nun, hai nun, hai nun. Jaja, ich bin weg. Ich muss zum Auto. Nein, der hat immer noch aktiv. Was ist das für... Boah. McQueen, rein. Rein, McQueen. Roll rein. Roll rein. Oh, nee. Der Torbjörn muss erstmal angeschossen werden. Heute ist kein guter... Weißt du, wie gefährlich so ein Torbjörn ist? Ja, wenn man ihn gut spielt. Ist ja gefährlich. Highlight des Spiels. Toad the Marsh. Rule. Guck mal. Das ist wie ein Bärschchen. Der macht sogar noch ein Bärschchen hinterher. So weiß er. Bärschchen? Ach, kein Problem. Oh, Leute. Wenn ihr einen Quick-Match verliert, lief doch nicht sofort das Match. Das ist so. Die sagen, das lag an uns. Die waren ja gut. Deswegen habe ich ja auch nur zwei Gold und zwei Silber gekriegt. Ich habe acht Eliminierungen Gold. Und Bronze Schaden verursacht. Ich habe Silber-Eliminierung und Gold Schaden. Also, ich habe was gekillt. Ich habe mehr gekillt als die anderen. Ich habe mehr gekillt als die anderen. Außer du. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Insta-Pick Junkred. Kann man einer in den Kommentaren erklären, warum Junkred in Ranked immer Insta gepickt wird? Ich verstehe es nicht. Ist halt. Weiß nicht. Ich finde Junkred jetzt nicht so gut für Ranked. Macht viel Damage. Braucht keinen Skill. Ist halt so, ne? Macht aber auch die Saiyakugel ganz schnell voll. Jo. Gucken die Leute nicht, was andere picken und drücken dann nach? What the fuck? Topes Saiyakugel. Ah, jetzt ist der Soldier. Hallo? Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft. We all have our jobs to do. Anna und Widow. Die mögen sich ganz doll. Wahrscheinlich. Das hat euch gefallen! Ich ziehe den Vorstrich unter eure erbärmliche Gefichte. Okay, Weeper. Was passiert eigentlich, wenn... Was? Gibt es noch einen Overwatch-Kinofilm irgendwo? Müsste mal, ne? Würde ich gucken. Come out. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer näher. Oh fuck. Oh, Roadhog direkt. Hi. Ja! Er hockt mich. Ich muss Roadhog üben. Roadhog ist so krass, Alter. Roadhog is down. Geboosteter Roadhog mit Mercy und dann ein gut gespielter Roadhog. Ist so gefährlich. Höh! Der Soldier hat doch kaum noch Leben gehabt. Was ist denn da los? Der hat er doch noch höchstens... Hat er ein Leben gehabt oder so? Ich habe ihm doch dreimal im Kopf geschossen. Ein Leben hat er gehabt! Krass! Hext! 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 Da dran! Das ist derselbe Soldier von eben. Da dran! Ist Possible. Ist Possible. Oh, Alter. Boah. Gutes Hooken, ey. Ich hasse... Ich hasse gute Roadhog-Spieler. Ich hasse sie. Ja. Ich hasse sie. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Sehr gut. Da hab ich gewartet, bis das Schild weg war. Oh, fuck. Soldier kommt. Dankeschön. Danke. Danke. Oh. Du lebst noch? Oh, lecko mio. Soldier schiebt im Hintergrund übrigens. Ich hab ihn mal weggedrückt. Wie kommt er denn da hoch? Ich hab ihn da hochgesteuert mit meiner Mine. Okay. Oh nein, Ulti. Oh, Gott sei Dank hat Ana den gestoppt. Lass ihn schlafen. Nicht angreifen. Lass ihn die Ulti ausschlafen. Oh nein. Boah. Oh, und dann wurde ich ausgeräuchert. Die Fracht hat den Chatpoint erreicht. Zeufzt. Ranked hätten sie jetzt schon gewonnen, weißt du? Hm. Ach, Quick Match ist auch schon gut. Schlimm wird's erst wieder, wenn ein Quick Match und Ranked, also wenn Ranked zu Ende ist und Quick Match das neue ist. Boah, und die ganzen zwei Harder dann wieder Quick Matches spielen müssen, ne? Hm, und das dann heißt, ist doch eh egal, ist doch alles nur Quick Match. Ja, und sie dann auf dem PTR genauso handeln. Ich spiel' ja eh nicht PTR, ne? Oh, fuck, Zaya ist in meiner Ult drin. Oh, Gott. Hat Ana echt einen guten Shot drauf gehabt, muss man hier so... What? Das war Zenyatta, nice. Ja, gut, dann, äh... Was haben wir denn noch nicht? Kann ich mal wieder meinen guten Torbjörn rausholen. Nice. Habe ich ja den Piraten-Skin, muss ich ja präsentieren. Kann ich mit Torbjörn da hoch? Das könnte man eigentlich mal testen, Leute. Der Gomo ruht nämlich da gerade auf, da hab ich ein bisschen Zeit gerade. Uschka, Uschka? Oh, Gott, nein. Ich glaub, Torbjörn kommt da nicht hoch. Ah, schade, das hab ich nicht mehr geschafft. Ich verspende hier grad voll Zeit. In der Ulti von Zaya kann man sich ja platzieren. Als Fashion. Ja, das geht, das hab ich auch schon mal gemacht. Alter, Arnas Gift ist so ekelhaft. Hab ich leider nicht geschafft. Ja, ich komm da auch nicht hoch. Aber das war ich jetzt schuld, dass sie so was schieben. Ich hab was versucht. Aber... Kann man... Ja, aber kann man im Quick-Match ja mal machen. Lights out, sagt sie. Ist ja nicht ranked. Ist ja nicht ranked. Senjata, du bist so eine Pottsau. Ich hasse. Weißt du? Alter. Also, das stelle ich nie hin. Hab ich auch kein Problem mit. Ich hab große Pläne mit dir. Brauche auch Heal und keiner kümmert sich um mich. Hi, Junkrat, du Pottsau. Boah, Moby Dick nehm ich immer mit hier, der Roadhog. Ist halt auch wieder das Beispiel, ne? Wärts ja der Gegnerbästchen gehabt, hätte sich keiner um den Bästchen gekümmert. Aber du wirst sofort von dem Roadhog gehuckt. Hm. Sofort. Das ist das Einzige, was der Roadhog... Nein, ich hab ihn nicht getroffen. Also Leute, wenn ich ohne Aufnahme spiele, spiele ich deutlich besser. Ausreden. Und wieder hat er mich gekriegt. Hat er mich nicht getötet. Wie du erstmal dahinten guckst, was ist da? Ich konnte auch noch nicht einmal Schilde geben, weil ich einfach keine Schrottpacks kriege hier. LOL. Ich hab einfach mit dem Rechtsklick einfach mal reingehalten. Gut, go. Hier haben wir gemacht. Wir brauchen, glaub ich, noch einen Reinhardt oder so. Oh nein. Oh, der Souljahn. Jetzt schlaf ich noch. Souljah's down. Mach einer, die Anna. Ich versuch's gerade. Ab ihn. Oh Gott. Zeig denen, aus welchem Stahl du bist. Und ich brauch mehr Schmerz. Komm, ein Schuss. Oh Gott sei Dank. Oh, ich hab ihn getroffen. Oh, hab ihn nochmal getroffen. Sein nettes Fastdown. Okay, hab Steinkert geholt. Ich bin tot. Moin. Unsere Stütze. Ja, klar, huckst du mich. Natürlich huckst du mich. Scheiß, dass ich die Deathcam weggedrückt hab. Das hätt ich gern gesehen, wie du mich da huckst. Natürlich. Boah, die müssen unbedingt Roadhogs Haken nochmal patchen, ey. Das ist so schlimm. Der ist nicht gut genug, ne? Der ist nicht schlimm. Du kannst nur nicht spielen. Du kannst nicht spielen. Das war die Haterstimme, Leute. Habt ihr gehört? Die Haters. Kannst du eigentlich mal den letzten Let's Play mit Koroban machen? Ne. Der ist schlecht im Ranked. Ist klar. Nur für mich. Du hättest drei andere holen können. Aber nö. Junkreads sind auch so. Hauptsache Kill. Kill ist Kill. Junkreads sagt Kill ist Kill, ja. Egal, wie viele du mit dem Reifen mitnimmst. Auch wenn es nur einer ist. Auch wenn rechts daneben drei stehen. Ich nehme den einzelnen. Kill ist Kill. Oh, natürlich macht er die Ulti. Die war aber gut. Muss man hier können. Doppelkill. Dreifach Kill. Ne, doch nicht. Weil das war deiner. Schade. Oh, lol. Jetzt hab ich einen Doppelkill. Quadruppokill hat sie gesagt. Teamkill. Quadruppokill. Ja, ich kann anders. Sie sagt die Quadruppokill. Ja, hast du Vierfach Kill. So, was sollte mit dem Turm passieren, wenn man so viel Schrott hatte? Ich hab 200 Schrott. 200 Schrott kannst du ihn auf Stufe 3 angeblich machen. Pass auf. Nein. Geht nicht. Ne, ich wüsste auch, wenn es funktionieren würde, aber... Goren hat mich letztens gesagt und ich so, hä, ist doch Bullshit. Such mir in die Kommentare geschrieben. Ich hab's dann nicht mehr getestet. Ich konnte es mir noch nicht vorstellen. Kannst du mir das Amor so geben auch? Ist zu spät jetzt, hab ich gerade nichts mehr. Brauchst du, Amor? Schlapp, ich schlapp, ich schlapp, ich schlapp. Ja, dann müssen wir dich ein bisschen schützen. Die haben Genji gewählt. Ja. Ich bin tot. Ist ja auch nicht doof, eigentlich. Endlich haben sie Genji gewählt. Oh, der Roadhog. Oh, der macht die Zaya jetzt. Mein Turm steht aber noch da. Den haben sie vergessen. Zehn Sekunden noch, zehn Sekunden noch, zehn Sekunden noch. Ja, warte. Oh, schade. Ich hab die gerade Rüstung hinterher geworfen. Nee, nee, nee. Oh, jo, 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 jo. Bin tot. Nein, ich hätte so gut da reinballern können. Nein, mein Turm. Liebe. Oh mein Gott. Komm schon. Nur noch der Genji. Ja. Irgendwie haben wir das geholt. Aber Highlight, du spielst das Quadro-Pokeel. Das ist sehr gut möglich. What? Ja gut, sie holt die. Ich tötet die alle. Wahrscheinlich sieht die halt auch. Wahrscheinlich hat sie einen Kill mehr und kriegt es deswegen. Drei. Vier. Ja, sie macht den fünften noch. Hat sie gut gemacht. Ah, die kriegt sie. Hurra, sagt sie bei mir. Es ist dann beim nächsten Mal. So, Overwatch. Tschö mit Ö. Tschö. Ja, ich sehe ihm. Untertitelung des ZDF, 2020